Liebe Motorradfahrer, das ist er, der Motorrad-Helden-Club-Ausweis. Diese nur wenige Quadratzentimeter große Karte bietet riesige Vorteile, und zwar allen Motorradfahrern. Ganz gleich, was für ein Typ Sie sind, ob Sie gerne am Hahn ziehen, ob Sie sich im Gelände am wohlsten fühlen, zu den schönsten Plätzen der Welt auf zwei Rädern touren, einfach nur gut und sicher von A nach B kommen wollen, es mit Ihrer Maschine eher gelassen angehen oder gerne mal die große Show genießen. Im Motorrad-Helden-Club sind Sie erstklassig aufgehoben. Sie erhalten Insider-Infos und spannende Einblicke in unseren Redaktionsalltag. Sie bekommen von uns exklusive Einladungen, können mit uns an gemeinsamen Aktionen teilnehmen und bei Verlosungen gewinnen, erhalten Rabatte und Angebote über unsere Heldenpartner und nehmen vergünstigt an Reisen und Trainings des Motorrad-Action-Teams teil. Gute Sachen, aber wie wird man nun Motorrad-Held? Ganz einfach, Sie lesen die Zeitschrift Motorrad oder das E-Mail gesehen im Abo. Das gleiche gilt für Motorrad-Klassik, wenn Sie alte Motorräder lieben. Sie gehören zur schnellen Truppe? Dann wählen Sie ein Jahresabo der PS, die Zeitschrift für den sportlichen Motorradfahrer. Oder, wenn Sie bei einer Veranstaltung vom Motorrad-Action-Team dabei sind, egal ob Training, Kurztrip oder ausführliche Reise, Sie werden automatisch ein Motorrad-Held. Über 90.000 Motorradfahrer sind schon im Club. Vielleicht gehören auch Sie bald mit dazu. Neuigkeiten übrigens unter www.motorrad-helden.de